Mit mir hat der Thronfolger Franz Ferdinand gespielt. Vom Museum in Altstetten, wo ich wohne, habe ich Ausgang bekommen für die Marathonlesung Die letzten Tage der Menschheit. Ab 17. Oktober, ich bin die ganze Zeit über dabei. Und Sie, versäumen Sie dieses Ereignis nicht. Nicht wegen mir. Wegen des Textes. Wegen des Buffets. Und wegen der Möglichkeit für Deutschkurse für das Flüchtlingshaus Sita zu spenden. 17. Oktober, 9 Uhr, VS Hitzing. Wir sehen uns.